Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Wir müssen Okage die fünfte treffen und das werden wir jetzt auch gleich mal machen Oh Mann, es warten wieder spannende Missionen auf uns und wir müssen Sakura und die anderen treffen Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was uns jetzt erwartet Eieieieiei, da brennt schon wieder die Hütte You're late Sorry, sorry, I was having ramen with Iruka-sensei Honestly, look, Captain Yamato's waiting up ahead, come on, hurry Yeah, yeah Huh? What's the matter? Hmm? He sounds different I mean, well, I read in a book about how to make others feel at ease around you It's said to call people by their first names that it would breed familiarity and might even lead to friendship So, I, um, from now on, I was wondering if I could be less formal when I talk to you Huh? I never knew you thought about stuff like that You don't really have to ask, you know You can be as casual as you want Yeah, no need to hold back around us Okay, thank you Ist ja gut, Naruto, ey, der hetzt uns schon wieder Das gibt's doch gar nicht Der ist uns nur immer am rumhetzen Oh Yo Hey, it's Kakashi-sensei Are you feeling all right now? Well, thanks to you, I got a nice long break I'm doing great So you're the new team member Sai, was it? Nice to meet you Yes, sir Kashi-sensei There was something I wanted to tell you next time I saw you Hmm? What's the matter? Why so serious all of a sudden? Listen, on our last mission we went to Tenchi Bridge, and... I know Yamato told me everything About Sasuke, too With my power, there's just no way I wouldn't be able to bring him back now Sasuke has gotten way too strong for me Well, in that case I guess you're gonna need to get even stronger than that Huh? I've been brainstorming, and, uh... I have an idea In fact, if this training pans out Naruto, you may even surpass me Hold on, surpass you, Kakashi-sensei? What are we gonna be working on? We're going to create an ultimate ninjutsu just for you My own ultimate ninjutsu? Right Actually, that's one of the reasons I called you out Want to try it? Right now, I have to get stronger no matter what If there's even the slightest chance it'll work I'd say we go for it Good answer We'll use the training field Head over when you're ready All right The thing is I have to help with this training as well While I do that I understand Sai and I will go perform a mission or two by ourselves I knew you would Your sharpness makes my job that much easier Hey, Sakura, are you sure? Isn't it gonna be pretty tough with just the two of you? Well, we can't help with the training I want to at least do this In exchange, you make sure that your training is a success Got it? Yeah Well then Shall we head for the training field? Kakashi is waiting for us Yeah I'm gonna nail this Na dann, auf geht's Auf zum Trainingsplatz Ey, jetzt können wir erstmal richtig schön fett hier trainieren mit Naruto So muss das sein Noch ein paar Items einsammeln Und hopp, auf geht's Ja, Naruto muss jetzt hier ein bisschen was stärker werden Und ja Das macht er natürlich mit vollem Elan und voller Energie Das ist ja sein Ziel, hochkarge zu werden Und ja, dafür muss man stark sein Aber das geht nicht ohne vorher ein Süppchen zu essen So, dann her mit den Nudeln Jawohl, 300 Ryu haben wir locker übrig Schlurp, schlurp, schlurp Und alles wieder aufgefüllt So muss das sein So Danke, Teishi Und bye Denn wir müssen jetzt weiter zum Trainingsplatz Komm schon, Naruto Das muss schneller gehen hier ZZ, ziemlich zügig Du willst doch auch ziemlich zügig stärker werden Wow Und hebs Schade, ich wollte gerade springen Hat nicht geklappt Hm Sollte ich vielleicht noch was einkaufen? Nee Äh, äh Wir wollen einfach nur, äh, was trainieren Moment, wir können aber ein bisschen unser Glück erhöhen Fällt mir mal gerade auf Hm Okay Dann Gut so, Naruto Sei glücklich Dann auf zum Trainingsplatz Alter, der Weg Der Weg Das muss schneller gehen Da ist er ja Da, jetzt bin ich gespannt Jetzt werde ich wahrscheinlich richtig hart hier durch die Mangel genommen, wa Ah Feuer, Water, Earth, Wind oder Lightning Well, rather than going into details Let's try this First we'll have a light sparring match I'll check your nature during the fight Ja, auf gegen unseren Sensei, ne Ein bisschen sparring kann hier niemand schaden, glaube ich Außer vielleicht Kakashi, weil, ne Wir sind halt Ein bisschen overpowered Aber da kann Kakashi ja nix für So Dann los Auf geht's Und zack ZZ ziemlich zügig Alter, er hat sich teleportiert Oh, 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 oh Ja, auch Kakashi wird stärker, aber Nicht so stark wie wir Wir sehen Naruto Uzomaki Zack Kladoush Da fliegst du erstmal ein paar Meter weiter Und heulst rum Wollen wir wecken, dass du heulst? Hier Zack, zack Bams So Oh, 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 oh Sein Jutsu, sein Ultimative ist Los, weg mit dir Was? Wie hat er das denn geblockt? Nix da Schattendoppelgänger Bams Und Jetzt noch einmal hier auf den Kopf Dann klappt alles mit einem Rasengan So Und Tschüss Ab mit dir Fahr zur Hölle Kakashi Bui Haha Geh schwimmen, mein Freund Tja Der arme Kakashi, ey Der tut mir so leid Der hat mir doch gar nix getan Wollt uns doch helfen Und wir verdreschen ihn nach allen Regeln der Kunst Das gibt's doch gar nix Hm Was willst du da machen, ne? Hehe Ja, bin ich mal gespannt Was kommt jetzt? Ich sehe Okay, so What nature am I? Your chakra nature Is wind A chakra nature That slashes through everything Outstanding in a fight Oh, yeah I knew it I'm unstoppable Hold your horses We've only just figured out What it is Now comes the hard part Of learning how to properly use And control your nature Okay, let's do it Now then Since Naruto's nature is wind I know just the guy To bring in for help So, wen braucht er denn da? Wer hat denn noch das Wind Chakra? Oh, oh Hey, come on Let's take a break All right We beat from all this walking We finished hunting the two tails and everything No one's gonna care if we rest for a bit Hey, yo Kakuzu You listening to me? You talk a lot What was that? Just be quiet And follow me Hidan Listen Did you even hear What I was just saying? Did you? Stonewalling again Shut up Don't make me say it again Just be quiet And follow me Man So, uh Where are we headed now? The land of fire Apparently the nine tails Jinchuriki is there The nine tails, huh? So, another sacrifice for Lord Joshi I'll play with him and hurt him real good Before I finish him off Being motivated is good But don't get carried away It will come back to bite you one day Come on You're telling me that? Yeah I'm looking forward to this Chapter 3 The immortal Akatsuki Oh yeah Der unsterbliche Akatsuki Jetzt geht es schon mal ab Darn it Can't believe I lost again Listen though Next time I won't lose I'm gonna leave you With your jaw Hitting the floor I really can't see myself Losing to you In Shogi yet Asuma Why you little Are you picking a fight? Still That was an interesting move You played What? The climbing silver strategy? Throwing away your peace In order to infiltrate The enemy's camp? I thought you hated moves like that Against a superior opponent One must make some sacrifices In order to protect one's king What's up? Nothing really It's just that I'm finally starting to realize the value of the king Well lose your king And the game is over So If the leaf village were a game of shogi And ninja the game pieces Do you know who the king would be? Huh? Well The Hokage, right? I used to think so too But it actually isn't Then who? When the time comes You'll know Huh? Alright I best be off There's something you have to do? Yeah Just some drudge work for Kakashi I'm headed for the training field Later Der von dir gescheuerte Charakter ist jetzt Asuma Alles klärchen Na denn Dann 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 wollen wir mal Hmm Asuma hat noch was zu erledigen Okay Na Nein Das war falsch Wir müssen hier runter Mann, 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 Mann Schon so lange nicht mehr gezockt Ja Auf zu Kakashi Hopp Du solltest auch noch mal lieber was essen Mein Freund Ich Ich esse immer vorher Das Das ist mir sicherer Echt Das habe ich einmal oft vergessen Und Oh Mann Da kommt man ja irgendwann gar nicht mehr weiter So Asuma ist komplett wieder hergestellt Thanks for your business Kein Thema Täuschi So Weiter geht's Hm Mann, Mann, Mann Wo ist denn die Okage Villa Die ist wieder so weit weg Ne, gar nicht wahr Wir müssen ja nachgucken Kakashi Löl Hoppala Hoppala Du solltest da mal die Schriftrolle lieber einsammeln Ach, nur Storyaufzeichnung Und hier Wäre es auch ganz gut Nochmal für ein bisschen Glück zu sorgen Das können wir im Kampf immer gebrauchen Yay Was haben wir hier Schönes Ja Sojabohne Ach, brauchen wir alles nicht Wir kloppen uns so schon durch So Dann würde ich vorschlagen Auf, hier geht's Trainingsplatz Umgebung Hey Sorry to keep you waiting Ah You came Thanks for doing this Huh What's Asuma sensei doing here Asuma has a wind nature just like you I thought he'd be useful So I called him over Huh Asuma sensei has wind nature too Hey now That's my line I mean Who'd have thought you and I were the same The same huh Cool Okay okay I have a question then Yeah I'm sure you do You probably want to know What the trick to it is right Yeah Exactly Still it's hardly a trick What you have to keep in mind Is incredibly simple Split your chakra into two halves Then grind them against each other As if you were sharpening a blade Sharpening the blade between the two halves Huh Well in your case You probably pick it up easier If I show you during a match Think about what I told you just now And come at me Okay I'll give it a shot Tja und wie der Kampf ausgeht Das sehen wir im nächsten Part Wenn es wieder heißt Let's Play Naruto Ultimate Digest Und zwei Bis dann euer Let's Play E-Gamer Start To listen to the right If you both have complete And essentially But for you don't tendATION şey Before I make the space I'll give you all exactly Vielen Dank.